hallo und herzlich willkommen liebe leute da sind wir wieder zurück in dem bonus part von a5 1 2 3 4 5 ja stimmt und ja hier ist sowas was man hier machen kann ich habe gerade selber was ach hier waren wir sogar schon im let's play hier haben wir eine truhe gehabt in der truhe was war in der truhe leute ich kann es euch nicht mehr sagen kann es euch leider echt nicht mehr sagen wir haben auch kein schatz ja gut ja gut da war so ein typi und der berichtet uns ja was berichtet er uns über das ober und wo dann wahrscheinlich kann man zum boden mal gucken aber auch schon drinnen waren entweder war da in der truhe ein glücks amulett oder so ein schrott oder eine schatz gerade kann natürlich auch sein acht tatsache wo man war doch schon der hoch ja er kommt hier hoch er war da noch nicht drin na gut nicht verkehrt nicht verkehrt aber hinten ist auch noch so eine schädel wir müssen alle schädel da kommen dann kämpfe man hier unten unten ist besser zu kämpfen wir müssen ja also so viele gegner besiegen und das anfängt hier die die totenköpfe zu leuchten feuer zeit für eine wirbel attacke ist er leider nicht würde sich natürlich an würde sich hier eignen wir kommen die viecher fliehen auch doch nicht oder doch doch erst weg so leute das haben wir dann was haben wir schützt der schätze wir haben eine schatzkarte also leute ihr seht ich finde jetzt immer noch schatzkarten in vier ecken das heißt wenn ich jetzt zum beispiel auf a2 war wenn ich jetzt auch wenn ich jetzt auf a2 schon war ja dann kann es sein dass ich jetzt eine schatzkarte finde für a2 wenn ich jetzt schon was weiß ich denn jetzt bin ich ja in a5 bin also wir haben a2 schon quasi abgeklappert das heißt ich werde es dann eventuell reinschneiden wenn es noch passt wenn der part von mir noch nicht bearbeitet wurde weil ich nehme mir jemand ein bisschen am stück auf und ansonsten kommt das dann wahrscheinlich dann noch mal nachgereicht oder sowas nicht dass ich dann gleich mit mit hate und wieso beschütten werde von wegen du hast du den schatz vergessen das ist ja die kacke und so deshalb ja heute wisst ihr bescheid an dieser stelle war es dass sie auch schon wieder von diesem part wir waren auch der schimmer denn sicher wir waren im wohl ja das wäre das ist doch gar nicht mal so so unpraktisch was wir hier gerade machen wir waren im boot das haben wir jetzt nur gefunden weil wir jetzt alles abklappern kann sein dass die schatzkarte ein herzteil beherberg ich kann ja mal gucken ich muss die mal öffnen die schatzkarte das schatzkarte nummer 9 die befindet sich woanders jedenfalls nicht hier die befindet sich die befindet sich tatsache nicht hier oben das heißt wir kommen da noch an kommen noch vorbei gut denn werde ich hier mal zu dieser insel hier und da machen wir am nächsten part weiter das ist die a6 aber zwei sachen vielen dank und tschö